Hallo liebe Rollen und Nicht-Rollenspielende, willkommen bei meinem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil, wie ich die Hose für meine Baden genäht habe. Wie immer, es ist nicht professionell, ich habe kein besonderes Schnittmuster. Ihr wisst, ich probiere immer so ein bisschen herum, was für mich am besten funktioniert, aber vielleicht kann ja der oder diejenige da draußen von euch, die noch irgendwie ein bisschen Inspiration sucht, hier aus meinem Video ein bisschen was mitnehmen. Ich empfehle auf jeden Fall, dass ihr euch den ersten Teil einmal anschaut. Da habe ich so die Grundlagen gezeigt, wie ich jetzt zu dieser Hose gekommen bin. Und in den zweiten Teil starten wir damit, dass ich den Bund der Hose vernünftig nähe. Also ihr seht da, ich habe da halt ein langes Stück Stoff ausgeschnitten. Das Stück Stoff hat die Länge des Bundes bzw. des Umfangs der Hose. Bei mir sitzt sie so zwischen Hüfte und Teil, je nachdem, ob sie ein bisschen runterrutscht. Und das Stück ist ungefähr 20 cm breit. Und ich werde das jetzt in der Länge nach einmal feststecken und dann schon einmal festnähen, um es dann im nächsten Schritt gleich einmal umzuklappen, also quasi nach innen zu stülpen. Und da werde ich auch nochmal die Seiten umklappen, damit die nicht ausfransen. Ja, ihr könnt jetzt hier auf jeden Fall auch schon sehen, dass das dann gar nicht mehr so breit ist. Und die Hose wird auch nicht oben unbedingt länger, sondern ist ungefähr auch immer noch in der Höhe, wie die Hose dann auch auf der Taille sitzt. Das nähe ich dann alles wieder fest. Ihr seht, ich nähe es unten quasi, da wo auch die vorherige Naht war, noch einmal fest. Denn es muss quasi wie ein kleiner Tunnel bleiben, damit ich dann da gleich eine Schnur durchziehen kann. Ihr seht, ich habe auch nochmal innen, also da, wo theoretischer Reißverschluss oder die Knöpfe hinkommen könnten, habe ich das genauso gemacht. Also ich habe zwei Teile genommen und die um einen, genau quasi um den Stoff nochmal rumgelegt. Das könnt ihr hier nochmal ein bisschen im Detail sehen. Das habe ich dann auch festgelegt. Also genauso wie oben, wie ich den Bund gemacht habe, so habe ich das auch nochmal da quasi in dem Schritt gemacht. Ja, genau. Dann mache ich weiter mit der Schnur, die ich durch den Bund ziehen möchte. Dafür nehme ich mir eine Sicherheitsnadel zur Hilfe. Damit kann man das nämlich ganz gut durchschieben. Ja, dann müsst ihr ein bisschen gucken. Das macht man natürlich Schritt für Schritt. Manchmal fällt sie auch raus. Das seht ihr jetzt hier bei mir auch. Aber mit ein bisschen Geduld geht das dann ganz gut. Ja, damit natürlich die Schnüre nicht so an den Seiten da so raushängen, mache ich vorne ein kleines Loch auf beiden Seiten rein, damit die Schnur nach vorne raus geht, damit ich sie dann gut zumachen kann. Ja, da habe ich kurz überlegt, ob ich noch so eine Borte damit einnähe, aber habe mich dann dagegen entschieden. Und hier habe ich eine Sammlung aus allen möglichen Lederstücken und Schnüren und ich habe mich jetzt entschieden, bei weiß zu bleiben und vorne ein paar Kordeln, also relativ dünne Kordeln, ja auch einzuschnüren. Dafür habe ich mir ja immer so drei Zentimeter Abstand genommen, das mit Kreide auf die Hose gemalt und dann habe ich da Löcher reingemacht, damit ich später die Kordel dahin durchziehen kann. Ihr seht, das ist wie immer irgendwie. Das ist einfach mein Stil, wie ich nähe. Da lerne ich tatsächlich einfach irgendwie auch am meisten bei, als wenn ich so straight nach einem Schnittmuster gehe. Ja, ich muss sagen, ich bin bis heute leider nicht ganz so zufrieden damit, wie das, ja dann so das Endergebnis rausgekommen ist. Aber ja, es ist Learning by Doing und beim nächsten Mal, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Hose nähen, werde ich wieder was Neues mit dazu nehmen und wieder was Neues gelernt haben, was ich dann beim nächsten Projekt auch wieder machen kann. Ja und hier habe ich einfach nochmal unten die, ja die Hosenbeine ein bisschen umgenäht, damit das auch schöner aussieht und damit sie nicht so ausfransen. Ja und hier seht ihr das fertige Ergebnis. Das sind Fotos, die ich, ja, bei einem Shooting mit Kai gemacht habe. Ich werde euch mal sein Profil verlinken. Eigentlich finde ich es ganz cool. Ich habe auf jeden Fall Dinge an dieser Hose, die mir nicht gefallen. Es gibt einige Mängel, aber für den ersten Versuch ist es gar nicht so schlecht. Ich finde, sie passt ganz gut zum Outfit und ja, wie gesagt, bei der nächsten Hose bin ich wieder um einiges schlauer. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal den ersten Teil verlinken. Der war ein bisschen länger, da habe ich ein bisschen mehr erzählt und wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, um kostenlose Videos zu sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut!